Oh. Okay. Er ist tot. Und... Zack. Tschau. Verliert ihn nicht! Ah, jetzt sterbt ihr! Da ist ihr! Er ist er endhaft? Herr Kohl. Hihihi. So, ich kann auch ins Wasser. Nö, bin ich nicht. Und er verschwindet auch in Wasser. Sehr freundlich von mir. Sehr freundlich. Alter, ernsthaft? Das war eine gute Idee. Die Wache der runter zu schießen. Also runter zu werfen und dann als Köder zu verwenden. Oh. Schmerz auf dem Move. Huiiii. Überhaupt nicht unauffällig, aber überhaupt nicht. Ich will euch nicht bekämpfen. Oh, den... Oh, das war nice. Den einen runter geworfen, den anderen... Und den anderen schön abgewehrt. Und dann den einer, der was am Boden liegt, erstochen. Wo kann man das machen? So, muss ich wieder mein stolzes Ross nehmen. Und irgendwie zu dem letzten noch hinreiten. Ich mein... Eigentlich müsste schon längst ein Bote bei dem gewesen sein. Und den davor gewarnt haben, dass ich jetzt komme. Aber hey. Nee. Wir wissen alle ja, wie dumm die Soldaten sind in Assassin's Creed. Und deswegen... Kann man das jetzt einfach so machen, ne? Tut die Städterin, tut die Städterin reiten. Zack. Und tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Tut mir leid, aber Mietleid ist jetzt... Ist leider ausverkauft. Na, was ist? Hm? Ich seh nix. Ich seh nix. Na, komm her. Alter, jetzhaft... Ich seh nix. Ich seh nix. du hast auch erledigt wir kommen mit der story überhaupt nicht voran ja ich weiß auch nicht warum es ist so eine sache hier und der story ich weiß nicht wollte die ein was soll ich denn ein ich könnte den leonardo da vinci auftrag noch machen den letzten müsste ja was könnte das sein schiff schiff könnte es noch sein theoretisch würde passen ich muss jetzt ehrlich zugeben ich weiß es wirklich nicht was es sein kann die munition hat er nicht zu gehen ich würde sagen wir machen den leonardo auftrag noch wo wir das ja nicht zu weit weg ist das ist ja ganz sieht nicht so sehr weit weg ich bin ein paar den auf sie beim angriff treten okay das krieg treten das kann also mhm was ist doch gereicht haben oder eigentlich ja oder ist eine dieser typen aber ich glaube es gerade abgehauen wir wieder hinunter oder hinüber eigentlich hinüber ich mag das reiten es ist ein street um das jetzt gleich um sämtliche zweideutigkeiten aus dem weg zu räumen mag das reiten ist ganz gerne eigentlich aber es ist halt so in roh ein bisschen unnötig auch noch wie gesagt ich werde es glaube ich den typ nicht töten weil ich weiß nicht ob es das aus die zahl ja mich selbst maximale da ist die kiste das kann ja nicht so weit weg sein oder es ist wunderbar es kann du meinst ich wüsste nicht mehr was es sein könnte aus einem boot maschinengewehr panzerwagen und die flugmaschine ich wüsste nur dass man doch ein boot machen könnte schauen wir mal was da rauskommt dabei jup sieht gut aus marina kanone neapel ging flott ticke der zeitpunkt weil die borgia haben anhand von leonardo sind dürfen eine tödliche maritime kriegsmaschine erschaffen sie muss zerstört werden bevor schizare die absolute kontrolle über die meere erlangt eines der drei tore öffnen sagt einen kameraden dass nur eduardo sich der erfindung nähern darf um letzte hand anzunehmen ja kapitale er sieht sich den mechanismus von und tot und tot ein dritter tor öffnen ich wüsste nicht so und er ist auch tot für mich mal ganz gemütlich zu eduardo hallo hallo gebt mir die pläne ihr seid der assassine stimmt's ihr müsst chesare stoppen ich helfe euch ich bringe euch zu ihnen und okay sehr nett eduardo folgen ok und die aktion mit der gondel führt zur desynchronisation hier zum päpstlichen her sagte sie einfache arbeit guter sollte jetzt sie mich an kapital und die kräfte abarka die merda okay sie nachschwimmen oder was ich meine auch die eine strafe tor öffnen ich glaube die musik sowieso öffnen so ich muss schneller sein wie er dann ok soll ich durch das tor kommen ganz ehrlich wie soll ich mich hier an den gestern gewöhnen ich muss wirklich schneller sein als ihr warte ich muss kurz warten bis er kommt zumindest ein bisschen näher muss er kommen sehr schön so gefällt mir das und die 100 prozent erledigt oh der eine ist tot wie ging denn das habe ich das war ich das also der hinterher hm 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 ok nach oben hm 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 schön gemütlich lang latschen hier ich will nur nicht entdeckt werden ups und vorsicht wie auch immer über diese seile gerade darüber spaziert ist das brauche ich vielleicht noch ich habe eines der trattore geöffnet das sollte eigentlich ist das war zu langsam macht aber nix macht aber ehrlich gesagt nix und wir haben eines geöffnet das reicht ein drittes müsste es theoretisch dann noch geben weil das erste kann man ja wohl nicht sehen denn es ist halt so das war das der vorsichtig und gemütlich oh ein schöner mit mir ich um danke er schwebt ziemlich eingehaltig und bist du das schnell ausräumen wir wollen das wasser fällt vorsichtig ins wasser wenn ich auch hier drin oder entdeckt werden sie dann auch sehr schön jetzt kann ich das ja jetzt kann ich das aufnehmen ja wenn schon eine leite hier steht muss ich die ja gleich auch verwenden ok das heißt jetzt kommt noch mal eine klitzekleine aufnahme pause wir sehen uns dann gleich wieder bei assassin's creed ok dann herzlich willkommen zurück zu assassin's creed world ja unterbrechen tut mir natürlich leid aber es geht nicht anders ja wie sieht aus ein boot ist die letzte erfindung von leonardo sage ich jetzt mal und die haben jetzt auch alle abgearbeitet eigentlich macht total sinn das tor also eins der tor haben wir geöffnet das ist ein bisschen auffällig ne oder nicht ach du heilige wir arbeiten tag und nacht meine männer können nicht schneller die baupläne und die marina ok na gut schauen wir mal so so hallo ob er sich eigentlich auch umgeht manchmal ich finde es gut dass ich jetzt entdeckt werden kann das ist eine schöne quest um sich auch ein bisschen spaß erlauben kann ein bisschen gegner metzeln auch schön so dass trockendock fluten sollten wir vermutlich hinbekommen warte mal das führen nicht zu dem effekt den ich gerne habe oder haben wollen würde du siehst mich doch gar nicht ja 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 saft ist er gerade selbst mit runter gefahren es so auch die schwirig schwierig der junge sehr schwierig doch ja